ein wunderschönen guten bonjour gewünscht und wir sind dann hier am nächsten ja jetzt geht es los oder nicht ja die heute hier haben wir schon etwas dran ja jetzt sind dann 15 Stück hier und ich hätte mal raus gesagt weil sie funktionieren ich weiß nicht wie eine triche ich will nicht viel wenn sie ist ein ich verstehe mein englisch auch so ich weiß nicht wie das funktioniert ich finde es auch so gut ein bisschen rausgestellt jetzt hoffe ich dass es funktioniert mehr und so wie das funktioniert nicht funktioniert vielleicht muss ich noch einen hinterher kommen keine ahnung jetzt wird sie nicht funktionieren die dort vom fischermann aber die dort wieder sieht die funktionieren fantastisch herrlich in sex okay cool dann sind das die funktionieren gucken wir dass man eventuell vielleicht bei den erfolgern bis zu weiter kommen ein farmer brauche mal hier lernt man mal den guck mal wo ich für pharma haien der geschenk tun so in in farme hier schon vor sechs spannende geschenk oder michelung und schlufen und dann mal ob man sie in in farme fallen und dann kritisch noch etwas geschenkt das ist ein bisschen wurde das praktisch muss man für den ständen durch also leite dieser fortune vom former villager Farmland und kann nicht ein Ort sein. Okay, ja, wir brauchen in Farmer. Wollen wir noch ein paar Leute durch Cajent laufen, wo wir in Farmer können sehen? Und ja, wir brauchen Farmland. Wollen wir mal in? Wir haben hier noch ein Schäfer wieder gesehen. Ein Schäfer. Ach ja, wir können eventuell in Farmer sind. Wie hat das gesagt? Ja, ist schon in Farmer. Schäfer hier, wo die Kante? Schäfer. Schäfer, Hi, beim... Ach. Manchmal haben wir hier eine Farmer. Wir sehen Fischer. Schäfer. 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 Ja, sowieso meine Katzen. Das stehe komplett frei. Und um zu machen. Ah, 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 ah. Eh 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 Merci Lysha Hä? Jaa Hä? Ach Ah, ich habe noch zwei Stück Vielleicht hier hier dabei Schäfer Es ist schon viel Schäfer hier Ich verließe ihn noch zu viel Stier Wenn er noch nicht schlimm ist Uh Huh Huh Gut dann Anfamilie-Items Äh, ja, ähm Sieht ein bisschen komisch aus Ich weiß also, wenn ich keinen hätte In dem Erfahrung im Land gehen Ich glaube, diesmal nach Eigentlich geht es einfach Ich habe Ich habe Ähm Das sind die, wo ich eine Uhr bin Okay Gut Schlimm ich eine Uhr bin noch zu wichtig Was Du hast den Dingen Und du Bauer, du hast ein Dach Man hat kein Baunmehl Was Man hat kein Baunmehl Kein Problem Du kriegst Baunmehl Schubbaunmehl Schubbaunmehl Du kriegst Baunmehl Und du hast die Schubbaunme Schubbaunme Dann Und du hast die die grill dann haben wir umbauen und dann haben wir die sachen keyframing von 4 sekunden oder weniger nicht ja okay die schnitt das der qualität von spüren die ganz vorher und das mal auch bis nicht wieder drinnen sind hülle ist das laute Höhlenverzweigung bei mir drinnen aus soviel scheint das Schuchat eigentlich alles erspudeln hier ist die quest of hell screen da konnte ich noch weiter ja ich werde auch ein bisschen mit dem Bohnenmehl mit und nach der Läschten ich habe den Bohnenmehl mit dem Bohnenmehl Hallo Monsieur, ihr wollt doch heu ab, ist kein hart oder so. Ja. Wie kommt das so? Was ist denn da? Was ist denn da? und wie gebacken karte 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 gibt auch dafür können okay nehmen aber mal luchen den euro fertig und dafür können wir was wir zum beispiel ich glaube ich kann man dann ja eigentlich nicht Wasser natürlich sollte man beim Wasser pass mal ab geil mein Wasser und dann können wir hier den holen und planten sich sie da so einfach Darklands ja der Kompass muss man Darklands wieder Toten zu machen ähm soll man alles lösen und Haus Power bauen ähm dafür brauchen wir aber den Tod ähm des Todes ähm ähm ja dafür muss man ein bisschen etwas bauen und auch wieder Tod in den Zimmern ähm ich gebe so mit Kindern aber auch schon mal Sachen hier kraften ähm dafür brauchen wir immer jeder oder beide mal jeder äh wo man hier da die 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 das die 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 vor Zeremonie Rottel Schauen wir mal Rottel Das ist Rüssel Dafür brauchen wir Jingles Dafür brauchen wir Knochen Und Sugar Canes Das geht Knochen haben wir Sugar Canes haben wir auch manchmal irgendwo gehört Oder nicht Warten wir schon Sugar Canes Sugar Canes hatte mal Knochen haben wir auch Weiste Und wie waren die Aufgebaut Jingles Zucker Knochen Also Und Zwei Drei Können wir auch Den Hula Machen Schauen wir mal Schauen wir mal Rostel Ähm Sticky Kein Problem Ähm Ich Ich So Ich So So Ich Ich So Mal Und Mal Ehen davon Und dann Mal Flitz Genau Das ist die Die Ganz Normal Sugar Canes Gras Ähm Sugar Canes Und dann Irgendwie Gras Aufschlundet Irgendwo Gras Ich 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 Fahne oder richtig Grasbrauch? Wow! Okay. Dann hier noch ein bisschen. Äh, Fahne oder richtig Grasbrauch? Nein. Ah, heute geht ein bisschen. Und dann hier noch ein bisschen. Und dann hier noch ein bisschen. Und dann hier noch ein bisschen. Ehi, guck mal, ob mal irgendeine Person hat noch Fahnen oder Gräse eigentlich aus, hoffen wir. Ne, 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 hä? Schnell ganz Fahnen oder Gräse für die verdammte Flüttur zu machen. Awww, eh. Hä? Ah o sag we가지고 ist dumm. Ok. Ehm. steuer mach. Verdammt ja, k увелич gå auf. Ab dem Mund, behalte deinen Mund. ton oder clay und du kannst ihn an familie als schanke kann ich nicht schanken oder fliehen so das brauche ich flex flex mann mal unter andernich stoppen also das ist geschwollen